Hallihallo Leute, ich bin's wieder, iPodgenics und ich melde mich hier wegen euren Fragen und hier kommen die Antworten. Ihr habt fleißig geschrieben, also vier Fragen, wir sind schon mal mehr als ich erwartet habe und ja, ich werde sie jetzt beantworten. Frage 1 kommt von Ralfi Will. Wann kommt Staffel 2 in G-Mode? Wann kommt sie? Ja, also um das zu beantworten, ich habe die Folgen fast alle abgedreht. Morgen wird noch ein Teil abgedreht und quasi dann am Samstag werden sie online kommen. So, im Laufe des Abends, damit sie Sonntag komplett für euch bereitstehen. Das hat ja nicht latschen morgen. Wer weiß, auf jeden Fall sind sie schon abgedreht, bis auf eine Folge, die muss ich noch drehen und dann geht's ab. Ja, so, nächste Frage kommt von Tobias Müller. Machst du deine Musik selber? Ja, meine Musik mache ich selber. Ich benutze dazu den Magix Music Maker 2013 Version und ja, damit mir die Gamer nicht vor der Haustür steht, mache ich eben alles selber. So spart natürlich viel Ärger. Solltet ihr auch mal probieren. Nächste Frage, oder nächste Aussage von N-Arkennion. N-Arkennion? Irgendwie so, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Wenn du Bock hast, mach Let's Play von Amnesia, The Dark Decent. Also ich habe mir Amnesia jetzt mal angeschaut und... Es ist gruselig und grauenhaft und ich glaube genau das wollt ihr, dass ich mich erschrecke, oder? Okay, also ich werde es tun. Ich werde es mir jetzt dann bald mal runterladen und dann mal anfangen zu spielen. Ähm, genau. Nächste Frage, wieder von Tobias Müller. Mach doch mal wieder was mit Minecraft. Oh, keine Frage, keine Aussage. Ähm, wenn ihr möchtet, schreibt mir hier unter die Kommentare einfach, ob ihr das wollt. Dann mache ich wieder was mit Minecraft. Ist schon ein bisschen länger her, aber ich vermisse Minecraft so ein bisschen. Ja, ich werde es tun. Und, äh, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt. Bitte antwortet mir, wichtig, antwortet mir hier unter den Kommentaren, ob ihr Bock habt auf mal eine Serie Hitman. Ich habe mir nämlich jetzt Hitman Absolution gekauft und es ist ein richtig geiles Spiel und ich habe mir gedacht, vielleicht spielen wir die erste Mission einfach mal zusammen. Also wenn ihr Bock habt, ähm, schreibt es mal unter die Kommentare, ob ihr es sehen wollt. Und ja, natürlich, für Zukunft. Jede Frage, die jetzt unter dieses Video kommt, wird natürlich im nächsten Mal wieder beantwortet. Ja, ich versuche das jetzt immer so im Wochentakt mal einmal hochzuladen, sowas. Ähm, genau. Das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich für eure Fragen und ich hoffe, die Antworten haben euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Fragen und Antworten. Oder bei dem Netzwerk. Wie auch immer. Euer iPod... ...Genex. Haha. Haha. Musik 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 Musik